hey leute das ist part 2 von der familie ja und ja der macht kann essen nehmen wir so eins warum ich will das orange nein du nimmst das es war halt endlich Fertig? Ja! Okay, gib. So. Warte, ich krieg schon deine Schwester und deine Mom im Becken. Okay. So. Was machst du denn hier? Ich bin hier. Ich war schon wach. Ich wollte gerade zu euch rauf gehen. Und die Post war da und ich habe schon aufgewacht. War diese Kokosnuss? Okay, ich weiß nicht wieher sagen wir das. Aber es ist doch egal. Oh. Okay. Deine Mom geht schlecht, das weiß ich. So. Guten Morgen, Fester. Guten Morgen. Ich habe voll vergessen mein Slime. Jetzt gucken. Butler. Ja? Kannst du mir helfen rauf zu kommen? Ja. Wo? Ah! Wie cool. Ich krieg ihn da hin. Ich muss es leider zugeben. Du bist echt gut. Kannst du mir Essen machen? Okay. Was willst du? Also Brot mit, nein. Brot mit Käse. So. Was willst du trinken? Wieso seid ihr alle mit Schlange? Wesen. Wetten und Brausen. Witzen und Sausen. Und Donnern und Lagen. Und Düsen und Rasen. Kann die Monster verbraut. Und ich habe gelernt, wie man einpackt. Klingt ausdrehen. Okay, du kannst essen. Okay, danke. Bitte. So, bin fertig. Okay. Okay. Putzen wir. Ich gehe schnell zu meiner Schwester. Okay. Hm? Schwester! Ah! Was hast du denn gemacht? Ich weiß. Ich habe gerne Slime. Butler, was? Ähm, meine Schwester hat, ähm, ja, Slime. Okay, komm. Gehen wir schnell runter. So, wir sind hier. Gehen wir auch mit Kleidern rein. Ha! Voll egal. Eine Stunde später. Eigentlich habe ich das Slime draußen. Huf. Ich mache ihn hier rein und nehme ihn in mein Zimmer. Hm, okay, dann gehe ich halt. Gehen wir doch. Meine Oma hat mich gerufen. Ich muss zu ihr. Was ist denn Oma? Hm, ich wollte euch etwas sagen. Könnt ihr leider zum Zahnarzt gehen? Okay. Okay. Dann gehen wir. Wir sind auf den Weg gegangen. So, wir sind hier. Hallo. Hallo. Was wollen sie gerne? Ähm, wir wollen hier beide, ähm, für die Zähne. Okay. Ihr könnt warten. Und ihr könnt eigentlich die Karte hier raus. Okay. Ich nehme eins. Dann ein von zwei. Ich muss jetzt gehen hier. Aber du kannst hier spielen, aber nicht die Karte verlieren. Okay. Ähm, wer ist hier? Hallo, ich arbeite hier. Ja. Okay, hier. Okay. Du kriegst es da. Das liegen einfach da hinten. Du kannst jetzt dich hinsetzen. Okay. Mhm. Okay. Okay. Wenn die Zähne sind nicht so gut, aber du musst, ähm, das da glaube ich nach Hause nehmen. Okay. So, warte. Was ist das? Haben Sie noch eine Schwester? Ja. Okay. Jetzt müssen die, also ich bin sie jetzt in den Mund getarnt. So. Aua, ist so weh. Keine Sorge. Eine Stunde später. Ich hab endlich den Zahn. So. Oh. Also, sie könnte wieder morgen kommen, aber morgen hab ich schon noch, na, am Nachmittag könnt ihr wieder. Nein. Okay. Hier. Ihr müsst das unter dein Bett und dann kommt die Zahnfee. Okay. Ja. Hier. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Schwester, du bist dran. Yay. Jetzt kommt die Zahn. Hallo. Bist du die Schwester von, ja. Ja. Ja, das bin ich. Okay. Hier. Du musst dann gucken. Aha. Was machen wir jetzt dafür? Zieh mir dann ab. Aua. Das tut zu weh. Keine Sorge. Eine Stunde. Okay. Ich hab dein Zahn. Yay. Okay. Du musst das wie deine Schwester äh. Du musst das wie deine Schwester äh. Ähm. Dieser Zahn ähm. Unter den Kissen. Okay. Dann kommt Zahnfee. Ja. Du hast korrekt. Das habe ich gesagt. Sehr schön. Bist du hier? Oh, danke. Wie kannst du... Wie kannst du hier reinmachen? Aber das war eine Kiste. Ja, aber jetzt brauchst du sie nicht. Die sind fast zu klein. Sie sind losgegangen. Nach Hause. Leute, ich bin jetzt nicht mehr die Kleine. Dann machen wir morgen weiter. Tschüss. du這 System insp asta. bekишьина endig stabilization geht. Und die Pr tolerateimientos separating dönen.